hallo ihr lieben heute ist wieder epoxy tarts time ich habe das video schon vor einer weile gedreht gehabt und wusste aber immer noch nicht wann lade ich es hoch und da ich aktuell nicht ganz so viel zum basteln komme habe ich jetzt einfach entschieden heute ist die zeit und ich habe so eine herzluftpolsterfolie ich habe ja schon vor einer weile mal ein youtube video hochgeladen wo es aber so ein bisschen in die hose gegangen ist was jetzt diesmal ein bisschen besser ist und dementsprechend will ich euch da nicht das ganze vorenthalten und habe zwei silikonformen einmal die vierecke und einmal die rechtecke und habe das ganze so ein stück weit sowie sonst auch erst mal gemacht habe also eine klare schicht runter gegossen und dann die luftpolsterfolie reingedrückt diesmal ist die luftpolsterfolie auch ein bisschen größer das heißt man hat die chance das ganze auch wieder raus zu bekommen und was ja bei dem anderen video leider nicht der fall war da habe ich einfach zu tief reingedrückt gehabt es ging nicht mehr raus weil es natürlich eingegossen war und dementsprechend war das so ein bisschen schade aber letztendlich ein neuer versuch und dadurch ist das jetzt so ein bisschen für mich schöner raus gekommen logischerweise ergebnis kommt selbstverständlich zum schluss ich mag das ergebnis es ist einfach so ein bisschen anders mal ich habe es auch wieder mit den chameleon farben gemacht ich mag die ja sehr vom glanz her und ähnlichem und dadurch ist das dann auch sehr schön geworden ich versuche noch mal so ein paar eckpunkte zum epoxid hat zu machen epoxid hat es nicht für kinder geeignet da bitte aufpassen ich weiß dass viele kinder unglaublich gerne das machen wollen wer sein kind gut genug kennt kann natürlich die entscheidung auch jederzeit anders treffen er darf das also natürlich mit dem kind machen aber bitte immer auf die schutzvorrichtung achten nämlich handschuhe eine maske sollte dabei sein und das ganze halt unter beaufsichtigung mit den eltern zusammen machen eben alleine schon so wie ich es jetzt mache die kleinen luftbläschen mit dem feuerzeug weg machen das sollten die kinder sowieso nicht machen und ansonsten epoxid hat gibt es so viele hersteller so viele unterschiedliche flüssigkeiten sei es jetzt mal also mal ist es sehr flüssig das ganze mal ist ein bisschen dickflüssiger und dadurch alles so ein bisschen unterschiedlich da sich dann unbedingt gut ein lesen was das jeweilige epoxid hat so macht ich nutze immer resin vor dekor einfach weiß sehr gut finde für mich es gibt andere firmen die machen das genauso gut da gehe ich von aus aber ich habe es bisher nicht ausprobiert und die qualität mit resin vor dekor kann ich wirklich nur begrüßen ich mag sehr und das war mein erstes harz und ist jetzt einfach auch immer dabei geblieben ja und hier versuche ich alles irgendwie so ein bisschen rein zu drücken ich muss dazu sagen ich habe bisher glaube ich nicht einmal geschafft dass nicht irgendwo so ein luftbläschen damit drin war aber ihr werdet es am ergebnis sehen und ja und dann habe ich das ganze 24 stunden aushärten lassen also ich habe am wochenende gemacht samstag die basis und dann noch mal den rest und für mich sind übrigens die formen sehr gut ich nutze die gerne als untersetzer weil dort ich brauche halt nicht für jedes glas ein untersetzer sondern ich habe eben zum beispiel bei dem linken dann eben ein größeren und kann dort zwei drei becher drauf stellen oder gläser und dadurch finde ich das wirklich sehr sehr angenehm und habe mich da mittlerweile auch ganz gut eingefuchst und freue mich da eigentlich auch drüber und genau und dann habe ich jetzt mit den farben das ganze eingepinselt ich habe bei dem einen habe ich jetzt das herz reingemacht bei dem anderen kommt ein stern rein und bin jetzt kein großer maler und mit den huckeln und so macht das nicht unbedingt leichter aber ich finde es trotzdem sehr schön geworden und wie gesagt ich mag die chameleon farben sehr und dadurch hat sich das wirklich auch sehr gut gemacht ich habe jetzt so ein bisschen noch den rahmen drum gemacht und ja während ich da jetzt male und ihr mit zuguckt ich habe ja meinen youtube kanal jetzt schon relativ lange ich habe ja damals angefangen mit den musikvideos mittlerweile sind es eben auch die bastelvideos und ich habe follower oder wie auch immer alles sehr geteilt die leute sind mal wenig musikvideos da mal wegen bastelvideos auch ganz unterschiedlich von den aufrufen her ich lade ja sonntags immer um zwölf das bastelvideo hoch und nachmittags um 16 uhr dann das musikvideo je nachdem wie es sich so anbietet wenn ich jetzt zum beispiel abends weg gewesen bin dann kommt in der regel kein kurzes musikvideo also ein einzelnes lied sondern es kommt dann wirklich nach und nach dann das große video ich lade ja immer von den auftritten was ich so filme erst alles hoch und da ich aber weiß dass ganz viele vielleicht gar nicht das große video schauen wollen lade ich immer so nach und nach immer mal ein einzelnes lied davon vor hoch und dementsprechend wie gesagt alles sehr sehr unterschiedlich und ich freue mich über jeden einzelnen der einfach meine video schaut und dadurch ist das immer gar nicht so einfach dann immer zu schauen was findet ihr jetzt am besten und dadurch ziehe ich meinen stiefel einfach weiter durch und ja und für mich ist das einfach so ein wunderschöner ausgleich einfach auch zu meinem alltäglichen leben weil einfach gerade ganz viel auf arbeit los ist je nachdem vielleicht erzähle ich irgendwann mal ein bisschen mehr davon und ja ist alles nicht ganz so einfach und ich muss da gerade noch so ein bisschen für mich schauen und bin da auch gerade gesundheitlich ein ganz klein wenig angeschlagen mir geht es nicht wirklich gut und sehr schade letztendlich weil ich da schon relativ lange bin aber wie gesagt dann hat man den ausgleich und ich freue mich da einfach drüber dass ich diesen ausgleich eben für mich halt auch gut nutzen kann und baste einfach sehr gerne und freue mich da auch immer sehr drüber und verschenke dadurch auch immer wieder dann die ganzen sachen und ja genau so viel dazu ich gieße hier ja schon fleißig eine schicht dadurch da es als untersetzer werden soll habe ich es dann dementsprechend auch nicht ganz so hoch gegossen weil das alles dann nicht ganz so schön ist aber ansonsten wie gesagt ich kann es euch nur ans herz legen werden größeren untersetzer sucht das bietet sich wirklich dazu an ich habe mehrere jetzt schon gemacht und freue mich da einer liegt noch auf arbeit und aber mal gucken vielleicht tausche ich da auch mal wieder aus und dann schauen wir mal ja ich wollte gerade noch was mal sagen und mir fällt es nicht mehr ein ich weiß nicht wenn man nicht mehr weiter weiß spricht man über das wetter wir haben das typische april wetter und teilweise wir hatten ja schon 30 grad wir hatten aber auch jetzt dann auch wieder nur vier grad und es ist irgendwie ein bisschen frisch aktuell und es regnet ohne ende mit pausen natürlich aber es ist natürlich auch heftig ich bin gestern so böse nass geworden ich war ein bisschen länger unterwegs und war dann wirklich sehr durchnässt und ja ansonsten was übrigens schön wäre wenn ihr mir erstmal daumen nach oben da lasst ein abo wenn ihr lust und laune habt und natürlich gerne als kommentar was wünscht ihr euch zum beispiel ich gucke aktuell mal wieder immer nach diy setz um da so ein bisschen schauen zu können was kann ich vielleicht noch ausprobieren an techniken ich hatte jetzt noch ein set bestellt ich bin gespannt ist aber von einer youtuberin das set und das wirklich für mich eher so zum ausprobieren funktioniert das ganz gut so wie sie es jetzt auch gezeigt hat und lasst euch da überraschen das kommt und dann gucke ich öfter bei etsy nach diy sets und gerade eben wie gesagt nach neueren techniken versuche ich da einfach so ein bisschen zu schauen was gibt es so für schöne sachen oder eben ich sehe manche sachen auch auf tiktok tiktok ist manchmal gar nicht so schlecht da gibt es auch schöne sachen die teilweise gezeigt werden was man so gemacht hat und dann kann man natürlich schauen kann man es nachmachen ich würde total gerne auch so eine handarbeit machen wollen aber ich bin dafür echt zu dusselig ich konnte schon damals weder häkeln noch stricken stricken konnte ich noch nie gehäkelt habe ich aber ich bin jemand der dann so unglaublich fest sieht und dann ist das immer nicht ganz so schön also in die richtung glaube ich wird es bei mir nichts geben und selbst beim makramee habe ich mich ein bisschen ungeschickt angestellt und aber damals bei dem kurs wo ich gewesen bin war das ganze sehr sehr schön und meine blumen ampel hängt bis heute ja hier seht ihr mich weiter einfach pinseln und pinseln und genau ich habe dann immer ein bisschen klares harz angerührt da immer so ein bisschen schauen ich habe es jetzt nicht für euch jetzt mit hochgeladen das ganze besteht ja aus zwei komponenten und die zwei komponenten werden wenn man sie dann zusammen mischt erst mal so ein bisschen milchig und so lange rühren bis wirklich alles richtig richtig gut vermischt ist es keine schlieren mehr zu sehen ist es nicht mehr so milchig ist es muss klar zu sehen sein und dadurch ist das natürlich sehr sehr schwierig ich manchmal zu sehen ich nutze gerne so eine durchsichtigen becher die aber zum beispiel beim zweiten nutzen schon gar nicht mehr ganz so gut sind aber trotzdem immer noch besser als wenn man sie gar nicht so richtig durchsichtig hat und die plastik becher wird es ja irgendwann nicht mehr geben und oder es wird sich was neues einfallen lassen damit zeitdurchsichtig ist aktuell gibt es halt meistens die pappbecher davon habe ich auch ganz viele da und habe mich da vorher eben halt auch mit dem plastik becher noch gut eingedeckt und nutze aber auch die becher halt wirklich öfter ist wie mit den holzstäbchen die zum beispiel da unten liegen da nutze ich die auch öfter die manche sind ja schon gebraucht und je nachdem wenn der verfall dann gekommen ist dann werden sie natürlich auch weggeschmissen ist ähnlich mit den handschuhen da auch immer so ein bisschen schauen sind sie noch gut oder sind schon löcher drin dann ist natürlich ungünstig dann lieber wegschmeißen aber ansonsten kann man auch diese mehrfach nutzen habe hier übrigens mit mehreren blautönen gearbeitet damit so ein bisschen das ganze so unterschiedliche farbgebung hat hat nur bedingt funktioniert aber es war jetzt auch okay ich habe so viele blaue sachen im moment gemacht früher habe ich immer ganz viel mit pink oder rosa gearbeitet weil sich ganz viele als geschenk eben etwas rosanes gewünscht haben und jetzt ist es aktuell das blaue weil ich so in diesem maritimen flair bin habe auch ganz vieles da jetzt schon gemacht und freue mich da einfach immer sehr drüber das maritim ist einfach was mich immer sehr an die ostsee dran erinnert und dadurch gehört das wasser das blau das gehört einfach für mich dazu ich habe jetzt noch eine idee wo ich gerne mit sand noch ein bisschen was machen möchte da muss ich jetzt aber erst mal schauen ich warte noch eine rück auf den rücken der meldung von jemanden damit ich vielleicht ein zwei von denen sachen nehmen kann die ich schon vor bearbeitet habe und aber da wie gesagt wo ich noch einen moment zeit so und hier kommen dann auch schon die ergebnisse ich hoffe sie gefallen euch und wie gesagt ich mag sie sehr ich muss unbedingt meine silikonform sauber machen sie ich gerade weil das habe ich noch nicht gemacht ich weiß viele machen sie aber gleich wenn sie fertig sind machen sie immer gleich alles gleich sauber ich nicht und genau aber wie gesagt das ist ich mag die ergebnisse sehr und wie gesagt kann sie euch nur empfehlen die silikonform ist übrigens von etsy habe ich mir damals da gekauft und freue mich da sehr drüber und hier sieht das ungefähr wie hoch ist gegossen habe weil das von der höhe sehr gut ich habe da drunter dann noch mal so fließ Stöpsel gemacht damit die tische nicht zerkratzen wenn man sich den untersetzer dahin setzt und ja ich verabschiede mich schon bevor das zweite ergebnis jetzt gleich kommt ich hoffe ihr habt einen wunderschönen sonntag genießt die zeit jetzt noch bis der große die große wärme jetzt wiederkommt und ich hoffe wir sehen uns dann den nächsten sonntag wieder und bis ganz bald tschüss bis jetzt 광atze angst in 2 Vielen Dank.